Dingo Pictures war in Sachen Animationen schon immer sehr schlecht. Aber selbst für Dingo Pictures Verhältnisse ist das hier wirklich furchtbar. Das hier ist Dingo Pictures Version von Pocahontas. Und jetzt achtet genau auf diese Szene. Nein! Nein! Und? Ist es euch schon aufgefallen? Wenn nicht, spiele ich es gerne noch ein zweites Mal ab. Nein! Nein! Und? Ist der Groschen schon gefallen? Wenn nicht, keine Angst. Hier kommt das dritte Mal. Nein! Nein! Dreiarmig. Sie haben diesen Charakter dreiarmig animiert. Und jetzt kommt mir nicht mit, das ist ein Geburtsfehler. Er hat diesen dritten Arm nur in dieser einen Szene. In den anderen Szenen, davor und danach, hat er zwei Arme. Wie kann man einen extra Arm hinkriegen? Ich glaube, das weiß nur Dingo Pictures. Und dann sagen alle, Uwe Bohl wäre der schlechteste deutsche Produzent. Stimmt! Von wegen.